Schame Offensive auf der Bühne von welcher Frau will Kerner hier ablenken. Es war ein Abendfeuerglück, den ich beim Radio Regenbogen-Gewort im Europapark erleben durfte. Und das lag nicht nur an den Gips und Brössers, die selbst mich zum Tanzen brachten. Es lag auch an Johannes B. Kerner, diesem tollen TV-Typen vom ZDF. Ausgelassen herzte er TV-Kollegin Laura von Toray, er busselte mit Mareile Högner und scherzte fröhlich mit Nova Meyer-Hörnrich. Und mir schwärmte er von Lena Gerke vor, aber das hatte einen Grund, Kerner hielt die Laudatio für die Medienfrau des Jahres. Warum der Moderator so vielen Frauen seine Aufmerksamkeit schenkte, fragen sie sich. Vielleicht ein ganz karmantes Ablenkungsmanöver dachte ich mir, als ich sie sah, Laura Schilling. Untertitelung des ZDF für funk, 2017